Interessieren Sie sich für Politik? Dann klicken Sie regelmässig rein auf KlarnerTV. Ich rede Klartext über wichtige politische Themen. Der wird damit rechnen, dass der Benzinpreis auf 4 Franken ansteigt. Reden mit spannenden Persönlichkeiten. Ganz linksgrünströmig. Die geht voll auf Regulierung und Geld aus der Tasche ziehen. Und zeigen, was hinter den Kulissen abgeht. Unbedingt auf KlarnerTV oder am YouTube-Kanal Andreas Klarner. Bis bald!